Willkommen zu einem neuen Part of Left 4 Dead. Wir sind mit in der Sturmflut und ich will die Pfanne haben. Nee, doch nicht, weil dann habe ich keine Waffe mehr. Nein, Hilfe, Hilfe, ich fahre ins Wasser. Sayu kann nicht schwimmen. Pike, mach die Blues. Boah, das laggt hier voll. Bisschen, das laggt richtig. Halt, Zombie, Halt, Zombie, Halt, Zombie. Nee, jetzt ohne Witz, was ist das, Mann? Das Spiel laggt bei mir. Bei mir nicht. Ja, weil ich... Hier liegen mir die Pätschen. Ja, die Halt muss erst mal zurück. Wir müssen nachher noch zurück. Oh, Zombie. Tönando Waffe haben. Ups, sorry, Jan. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Das ist voll uncool. Also, Leute, es legt ein bisschen, tut mir leid und so. Oh, ich will die Waffe nehmen mich. Ach, ich nehme dich umeinander. Oh, die sieht auch okay aus. Okay, die andere. Glaube, Sayu hat Drogen genommen. Nein, die will ich niemals tun. Ich will nicht die Bumakotze. Wer sich als Auber mitgenommen hat. Ja, aber es ist wohl lag. Das ist so mei. Ich hatte Sturmflucht, da legt es. In der Annerviers hat es nie gelegt. Nein, warte, das ist das Baby, wo ich nachher wieder Ding fahren werde. Legs. Wegen dem Scheiß Wasser, oder? Ja, kann sein. Ii, ist doch hell. Aua! Weil wegen hartem Regen und so, ne? Ja, Regen, Wasser. Hier hat eine Witch, glaube ich. Ja, da ist ein Witch. Wo ist Witchy, Witchy? Weil die möchte doch im Rampenlicht stehen, oder? Witchy, Witchy. Ah, ich habe sie gefunden. Da hinten. Wo denn? Oh, da ist sie hier. Da ist sie anlocken. Ja. Oh. Ich auch nicht. Oh ja, Pike, die ist so cool. Sie ist so cool. Entschuldigung. Also, es regt auf, wenn man mich von hinten angreift, so. Aua, aua. Ein Spielplatz, KiniLand! Ah. Yeah. Wow. Wir rutscheln, die rutscheln. Rückwärts runter, es geht gar nicht. Kini, Spielplatz, KiniLand! Warte, ich gebe KiniLand! Äh, die anderen Kinder wollen mich nicht mitspielen lassen. Ich brauche mir einen Beirat. Droge. Hallo, Leute. Ja, ich gebe dir meine Droge. Oh. Die anderen Kinder verprügeln und... Das ist ja nie. Ey, wo habt ihr euch die Waffen her, ihr hässlichen Kinder? Ja, die haben wir jetzt schon mies. Warte, den Haus drin. Wah, Soka! Aua. Ich bin keine Frau, mich hasst du nicht züngeln. Hilfe! Ich helfe dir, too. Wenn das zu tun ist, dann muss ich mir selber helfen. Aber du bist nicht selbst der beste Freund. Oh, so schön leuchtet. Oh, Kap. Oh, Kap. Hey, lass uns rein, nur. Oh, Kap. Ich habe mir fall die Kniescheibe weg. Ups. Ups. Upa-Kotze. 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 Waut Iba-Kotze. war ich nicht schuld also bitte ja ich bin verwirrt wo ich glaube es einfach keine Ahnung hier wird die Wettbewerb und sie ohne Schalldämpfer und sie mit Schalldämpfer und sie ohne Schalldämpfer die Rottergefallen die Tür zu holen und laufen auch nur aufgeregt ein Aufmerksamkeit aufmerksam auf Leute ich wollte dort hält und so die sind aber ziemlich früh ich würde gerne auf den Tank 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 es ist ein Tank es ist ein Tank zu rennen rennpike aua alter wollte ich mich verarschen wutz wutz wir fehlen schon am Anfang es oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich helfe dir, Pike ich kann leider den Tank nicht treffen oh doch jetzt wieder aua ich habe mich nur halbwegs getroffen uah okay ich habe das oh S O S O S O oh fail Tschüss auf